Wir sind mehr als zehn Jahre hier als Aussteller auf dieser Messe, um unseren Kunden auch die Präsenz zu zeigen, dass wir immer vor Ort sind, mit den Partnern, die hier vor Ort sind, von Hausbaufirmen permanent den Kontakt zu halten und ihre Kunden auch gerecht und vernünftig zu beraten, sodass die Kunden immer auf dem neuesten Stand der Zinskonditionen sind und für den Bau des Hauses sich bei uns orientieren können, wie die aktuellen Konditionen sind. Die Organisation im Vorwege ist eine sehr interessante Sache. Wir bekommen also immer im Jahr vorher die Messetermine mitgeteilt, wo wir uns dann entscheiden können, welche Messetermine wir wahrnehmen. Wir als HFS Finanzservice sind immer auf vier Messen im Jahr vertreten und alles, was hier auf der Messe für uns stattfindet, heißt, wir bekommen unseren Stand vorbereitet und müssen nur noch unsere persönlichen Dinge aufstellen. Von der Gesamtorganisation her sehr gut aufbereitet, das heißt, über das Catering, über die Hausbaufirmen, die vor Ort sind, bis hin über das Messe-Team an sich. Einfach eine runde Sache. Über Jahre hinweg haben wir uns mit dem Euro-Messe-Team Schwalme als sehr guten Partner zusammengefunden und es macht Spaß, mit den Kollegen hier vor Ort einfach für die Kunden da zu sein.